Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Auch heute gibt es mal wieder einen kleinen Skywars Zusammenschnitt mit dem lieben Keba Grün. Und wenn der euch gefällt, dann lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns, bis bald. Hallo, danke, mein Freund. Ja, moin. Und auch einer. Oh, ist rechts von mir. Ja, genau da. Oh, ist. Ich hoffe so, dass wir einfach keinen Anschluss bekommen. Emi. Moin, Digga. Sind wir Nachbarn oder Gegners? Junge, ich nehm auf, du Lauch. Lass doch lieber zusammenspielen kommen, nur weil ich jetzt aus Versehen die Kills da abgestaut hab. Aus Versehen. Betonung auf Aus Versehen. Oh, du bist der Fuss. Spaß mit mir, ich bin da. Lol. Lol. Bist du gerade verkeckt? Nein. Ich hab zwei Gegner geklatscht. Nee, ein halbes Satz. Ein darfst du sein. Nice. Hä, als ob wir nicht in der gleichen Map sind. Gleichen Map? Das ist ein riesiges Pippo. Big, big, big. Tschüssi. Äh, Wasser, Wasser. Du spielst mit einem Teammate? Ja. Erstens nicht mit mir spielen, dann auch mit einem anderen Teammate. Das wäre ich ja nicht. Oh, Digga, ich hab's geschafft, ey. Ups. Nice. Melly 223. Mit einem Schnauzer. Was ist deine Mission? Und tschüss. Du bist der jetzt Limit. Echt jetzt? Wenn der von oben da jetzt runter springt, hat der den Ease. warte 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 durch die zu gucken Oder kann ich noch in meiner Runde bleiben mit meinem Team? Ja, finde ich eigentlich schon cool. Ah ne, ich fucke meinem Team mit zurück. Wie er jedenfalls so ein dicker Eier hat er in meinem Team. Ernsthaft? Ernsthaft? Hier und da? Ja, gib mal eine, gib mal eine. Hey, warum nicht? Digga, weil ich entkommen bin dir, oder was? Hey komm, jetzt sei mal nicht so fies. Bitte. Mag dich nicht. Schokolade. 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 Als ob die sich verkämpten. Ja, drop mal ein bisschen, Sandersmi. Burst outright. Nice, nice, nice. Das hat ihnen gezogen. Warte ich mal weiter, ich Leute. Da unten! Hier, jetzt Emre. Hier. Ja, du lauf. Ah! Fuck! Das war nicht mein... Oh Gott, bist du blöd? Ja, mach dir einen Tee dahin. Irgendjemand kommt, Feige. Echt jetzt? Heilige Scheiße!